Warum bin ich hier? Warum? Man muss doch wissen, warum man eingesperrt ist! Wenn Sie mir gesagt hätten, dass es 15 Jahre sein würden, wäre es dann leichter für mich gewesen. Oder nicht? Ich mach das! Ich habe 15 Jahre hart trainiert. Ob mir das jetzt helfen wird? Es hilft. Warum hast du mich eingesperrt? Du wirst viel zahlen für jedes Jahr einzeln. Lache und die ganze Welt lacht mit dir. Weine und du weinst allein. Ich liebe dich. Mein Name ist... Oh... Dessu.